Hallo, wir vom Jugendservice Oberösterreich sind deine zentrale Anlaufstelle für alle Jugendlichen von 12 bis 26 Jahren. Neben Fragen rund um Ausbildung, Job, Ausgehen oder persönlichen Problemen sind wir auch in Fragen rund um Liebe und Sexualität für dich da. Wir hören dir zu und geben dir Antworten auf Fragen wie, was tun bei Liebeskummer, welche Verhütung ist die richtige, was sollte ich vor dem ersten Mal wissen? Du möchtest nicht persönlich in einem der 14 Jugendservice Infostores vorbeikommen? Unsere Onlineberatung steht dir kostenlos und anonym zur Verfügung. Wir kümmern uns vertraulich und innerhalb kurzer Zeit um dein Anliegen. Liebe ist wunderbar, einzigartig, vielseitig und bunt. Besonders in unsicheren Zeiten gibt sie Halt wie Sicherheit und hilft dir psychisch und körperlich gesund zu bleiben. Doch auch bei all den Schmetterlingen im Bauch soll auf eines ebenso nicht vergessen werden. Better safe than sorry. Liebe, aber sicher. Jugendservice. Alles, was dich bewegt. Wenn es um ein selbstbestimmtes Leben geht, wenn es darum geht, erwachsen zu werden, gibt es vor allem eine Frage, die viele beschäftigt. Das Thema Sexualität und alle Fragen, die rundherum auftauchen. Angefangen von der Verhütung bis hin zur Sicherheit bis hin zum Thema Verantwortung. Und ganz, ganz entscheidend dabei ist, dass man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann über alle Fragen, über alle Probleme, die bei diesem Thema auftreten. Weil das Allerwichtigste ist, das Thema Sex ist kein Tabuthema. Man soll darüber offen sprechen, solange man mit diesem Thema auch verantwortlich umgeht. Deswegen sage ich herzlichen Dank, dass ihr das Angebot des Jugendservice des Landes Oberösterreich in Anspruch nehmt. Wir wollen euch dabei begleiten, um mit dem Thema Sexualität offen umgehen zu können. Und ich freue mich, dass ihr so verantwortungsvoll bei diesem Thema mit dabei setzt.